So, der siebte Leute, was hat der Nikolaus euch denn gebracht, schönes, die angeblich eine Gitarre hat, meine Damen und Herren. Schreibt uns einfach hier in die Kommentare rein, was hat es bei euch zum Nikolaus gegeben. Wir sind super interessiert an eurem Privatleben, meine Damen und Herren. Das wird aber so ein geiler Tag, Mittwoch, ich meine, Mittwoch, das ist ja quasi in der Woche, wo man gar nicht so richtig viel, gar nicht so richtig viel erleben, denkt zu schaffen, aber das wird richtig gut heute. Lass uns nicht erzählen. Komm, wir spielen mal einen. Ja, jeden Tag machen wir die Tür auf, das Lied heißt, mach die Tür auf, es ist doch der siebte. Mach die Tür auf. Das bedeutet siebte. Das bedeutet siebte. Das war ein Mittwoch. Mittwoch, jetzt kommt Donnerstag. Mittwoch der siebte, ne? Ja. Donnerstag der... Achte. Donnerstag der achte. Mann, nur mehr, da sind wir on the run. Oder? Ja. Ja. Donnerstag ist dann der siebte, Dezember, wollte ich nur sagen. Mittwoch ist der sechste. Ja.